Sie ist die meistgenannte Familie, Familie Mustermann. Überall wird sie als Vorzeigefamilie benutzt. Jetzt ist aber ein Buch erschienen, das fordert, vergesst endlich Familie Mustermann. Family Business, so der Titel des Buches von Claudia Fischer-Appelt, ist ein Buch für Eltern, die nicht perfekt sein wollen. Die Frau Fischer-Appelt ist eine Designerin und auch Begründerin der Initiative Mamamoto. Diese Initiative setzt sich dafür ein, für die Familie, für modernes Familiendesign, gegen verstaubte Konventionen, gegen eben diese Familie Mustermann, das alles nach bestimmten Prinzipien abzulaufen hat. Und sie hat diese Initiative Mamamoto vor einigen Jahren gegründet. Und vor kurzem ist das Buch Family Design erschienen. Ein Werk, das recht herzerfrischend und unkonventionell Tipps gibt, wie man Familienleben gestalten kann, wie man mehr Kommunikation, mehr Begegnung, mehr Freude in den Familienalltag bringen kann. Family Business erzählt fernab weichgespülter Teddy-Landschaften und pädagogischer Do's und Don'ts von Schweinetagen, tussigen Töchtern und Beschützermonstern. Jenseits von Geburtenraten und Mutteridealen geht es ausschließlich darum, Eltern den Alltag zu versüßen. Die Zielgruppe sind Eltern, die offen sind für Anregungen, für Tipps, auch im Familienalltag einmal was anders zu gestalten. Also es ist nicht in dem Sinn wieder ein Buch, das sagt, mach es genau so oder so, sondern es gibt vielerlei Anregungen, was man ausprobieren kann und dass man sich das herausnimmt, was einem zusagt. Family Business von Claudia Fischer-Appelt ist erschienen im Wachter Verlag und jetzt im Buchhandel erhältlich. Auf jeden Fall ein sehr interessantes und passendes Weihnachtsgeschenk für junge und jung gebliebene Eltern.